moin moin ihr lieben und willkommen zu einer neuen daddelzeit hier mit surviving mars wo wir so langsam an den 200 kolonisten ankratzen zumindest aber alles noch von der altersstruktur leider ein bisschen könnte besser sein sagen wir es mal so haben wir hier noch eine rakete ausstehen ja in der theorie auf jeden fall in der praxis müssen wir mal schauen wir haben nicht so die geldmittel deswegen können wir den hier eigentlich auf eine planetare mission schicken guck mal wir haben hier offenbar wieder einige projektes aber man kann ja eigentlich mal gucken ob wir hier irgendwie was an land ziehen könnte dadurch ein maßbeben auftreten indem wir eisasteroiden fangen jawohl meteoriten fänger löse einen meteoritensturm aus der einige wertvolle ressourcen enthält metalle edelmetalle und anomalien der meteoritensturm geht über einen zufälligen ort nieder und könnte die kolonie gefährden nicht wirklich interessant ja das wäre schon eher was gewährt geldmittel wiederholter einsatz dieses projekt führt zu geringeren gewinnen das natürlich nicht so schön was haben wir hier das gibt forschung aber braucht auch leider einen arsch voll elektroteile den wir derzeit noch nicht haben was haben wir denn hier so schön ist nicht genug geld mittel kann zu giftigen regenfällen kommen ja alles hat zu seine kehrseiten forschungsfortschritt neue technologien noch mehr neue technologien da gibt ebenfalls was neues da kommen wir den einfach mal einfach fengesteuerten transporter expedition aussenden und ab dafür zerk welch mit dir hushush ins körbchen so in der art so unser wasservorrat der sollte sich langsam wirklich langsam aber stetig füllen wir haben ja hier unsere neue tiptop kolonie in der tatsächlich jetzt auch dinge abgebaut werden das sind hier die falschen prämissen brauchen wir nicht überall wobei nehmen machen wir da mal so dann ist das ein bisschen zeitversetzt lebensmittelschaft ja kommen das geht in ordnung aber brauchen unbedingt hier eine produktion von metallen dass die gewährleistet ist es kommen ja bald neue kolonisten und ist alles in ordnung aber erst mal ist das so glaube ich in ordnung kuppeln nein ich brauche gebäudeses genau da nehmen wir weiter intelligente anlagen dann aber erst mal nicht so wichtig erstmals eher wichtig dass wir hier das wasser hinbekommen wasserstand bei 77 prozent es geht in die richtige richtung änderung pro soll 0,05 von allen aktiven gebäuden zusammen dadurch dass wir hier natürlich den die dicke 0,1 prozent änderung pro soll haben macht das auf jeden fall schon mal was her kann man nicht mehr gerne na gut sind in anführungsstrichen nur die solaranlagen aber auch unsere neue stromversorgung die da mit in mit leidenschaft gezogen wird da müssen wir mal sehen was haben wir denn da gebaut ach das ist der sterling generator warum habe ich den denn nicht geöffnet öffnen wir das mist teil neue technologien yes mega satelliten gucken wir doch mal ein bisschen was es hier gibt weltraumspiegel verringerter verlust von atmosphäre das ist geil aber die forschungskosten die sind teilweise holla die waldfeder weltraumlift wunder exportiert edelmetalle zur erde und ermöglicht den verkauf von versorgungsmaterialien und fertig bauten zu günstigeren preisen dann können wir das ja schon mal drauf basteln ne ach ja gucke mal verringert die anzahl ach verringert ich dachte das macht die ganz weg wohngebäude upgrade ja heimatgemeinschaft erhöht den service komfort des gebäudes um 10 auch nicht schlecht nehme kreatives gemüt kann man nehmen muss man nicht so mal sehen wo wir dann gleich das schiffchen landen verbrauch ist gestiegen auf jeden fall ja das müssen wir dann auch hier noch in die kolonie packen eine neue maschinenteil fabrik wäre glaube ich nicht das aller schlimmste könnte man gebrauchen hier noch mal gucken treibstoffproduktion geht in ordnung maschinenteil ist halt so ein bisschen problemgebiet polymere geht in ordnung derzeit aber haben halt nicht viele vorrätig das ist das problem des ganzen schicken wir mal hierhin warum nicht und hier diese dinge das kann ich doch eigentlich mal löschen abreißen kolnissen ein naja wenn ich ihnen abreißen lasse das ist halt die frage des ganzen so schnell geht das nicht wenn ich den wieder auf reise schicke quasi so und da schwuppdi buppdi bupp sind die drohnen sehr schnell unterwegs um benzin zu organisieren das gefällt mir so das ding müsste eigentlich gleich wieder vollgetankt sein dann kann ich die nächste mission starten weil es so schön ist unsere geldmittel halten sich echt in grenzen wir können natürlich wieder was exportieren das wäre eine möglichkeit aber können auch sagen mission irgendeine man kann ja auch hier mal gucken was kriegen wir hier von den anderen kolonisten 208 das ist unsere wir haben über 200 jetzt was wollen wir mehr das ist schlimm wenn ich auf meine eigene kommen und das nicht merke hier haben die polymere zumindest ganz gut ja ist die frage kontakt operation was haben wir denn handel beginnen was bieten die denn ist die frage ne bloß nicht was haben die denn hier für handelsmöglichkeit nein wird zumindest nicht das aller schlimmste handel beginnen das wäre potenziell möglich aber andere dinge sind vielleicht technologien tauschen wenn ich das jetzt wüsste mal sehen was bieten die an kontakt technologien austauschen und wiezeniu so gut klicken technologien ach die auch ne 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 find ich doof da kümmern wir uns doch stattdessen mal genau um forschungsfortschritt warum nicht warum nicht sind wir jetzt wieder runter 200 aber auch nur vorläufig wir müssen hier sehen wie kriegen wir den komfort level noch mal höher entspannung brauchen die doch das gibt nicht entspannung na dann machen wir mal hier so ganz große entspannung da können wir ja eigentlich so einen großen bauen oder beides nicht ganz so groß warum nicht da macht das hier nicht entspannung doch eigentlich schon egal mal kurz gucken wie viele leute können hier im gebäude eins von eins eins von eins ich erkenne das problem auf jeden fall na dann nehmen wir doch mal den großen garten in angriff warum denn nicht man kann es ja mal machen und eigentlich kann man hier auch sektor gescannt ja ist alles in ordnung spielplatz haben wir jedoch auch irgendwo ne kuppelservices einen wo ist denn der spielplatz bildung und gedöhnen spielplatz da haben wir es doch fördert die spezielle füge so und da sollte dann hoffentlich und was bei rauskommen wenn ich ja mehr pech oha 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 aber hier sind ja eh keine extraktoren mehr von daher kann uns das doch egal sein hier müssen wir sehen dass wir gleich wobei wir müssen erstmal die forschung dafür abschließen dann können wir die extraktoren bauen die sind dann auch bitter bitter nötig nur noch 4000 vorräte bzw ressource hier das ist gar nicht mal so schön und das mal vorsichtig auszudrücken 3.500 forschung das bringt uns beide guck mal da sind wir jetzt schon von den 10.000 wurden uns 3.500 abgenommen also von 10.000 13.500 dort 10.000 sind übrig jetzt habe ich meine denke zu ende gebracht so und dann können wir weiter denken dann können wir hier zum beispiel carbonatprozessor das braucht ihr noch ein kleines bisschen von daher können wir erstmal hier drauf gehen oder erst die metall extraktion aus der tiefe das ist auch eine idee die sind aber jetzt auch alles so scheiße teuer warum ist die banane krumm da offenbar geht jedoch temperatur noch mal weiter hoch warum nicht 0,1 prozent pro sol hier ist das ganze 0,2 prozent pro soll es geht voran und auch hier tut sich auf jeden fall mehr und mehr etwas aber ich möchte hier rasenflächen haben aber das geht ja noch nicht leider leider blockierende kiste mal weg böser buge ja wir können ja mal gucken es gibt ja kolonien die durchaus ein bisschen nahrung bräuchten weil er hält sich hier gerade in grenzen derzeit versorgt sich alles ganz gut und wir haben trotzdem gefühlt hier mehr verbrauch als wir produzieren das ist nicht gut metall verbrauch 7 metalle für wartung 11, haste nicht gesehen so kommen wir nicht voran wir müssen irgendwie die dinger hier losschicken wo gerade metall vorhanden ist die frage ist wo ist metall vorhanden zum beispiel hier so können wir da einen hinschicken und ja wir brauchen unbedingt hier dieses große vorkommen ich sehe schon so dann schicken wir da noch einen ein bisschen verteilen hier hätten wir auch durchschnittlich zumindest von der qualität gut hier ist auch durchschnittlich aber durchschnittlich ist ja nicht ganz durch gleich durchschnittlich das kann viele gesichter haben ach warte mal hier ist wieder aufgetankt ja das bedeutet wir können aber mal wäre auch eine idee wert ja starten perfekt dann starten wir den nochmal und schicken die wieder nach oben zur erde bam ach du scheiße ach ja die wartung ist leider immer bei allen zugleich notwendig das ist kacke und da kommt noch ein meteorit dazu haben wir gerne es ist nicht immer einfach euch 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 da haben aber wirklich gut folgeballert die dinge ich glaube wir brauchen hier auch noch mal ein depot für eltmetalle So, machen wir da sogar noch eins hin, weil wir es können. So, da haben wir auch noch mal sieben Stück. Warum nicht? Da hätten wir noch so ein Teilchen. Joa, es geht in die richtige Richtung. Zumindest ist das Ding jetzt aufgefüllt. Das kostet also nur noch vom Verbrauch her ein kleines bisschen. Aber hier müssen halt ein paar Maschinenteile erst dran gebracht werden. Gott, wie ich das hasse. Da brauchen wir Maschinenteile. Wie jetzt keine Lebenserhaltung ist das? Wie schnell geht das gespeicherte Wasser bitte schön weg? In welchen Einheiten wird hier überhaupt Verbrauch pro... Ich weiß nicht, in welchen Zeitabschnitten hier der Wasserverbrauch und sowas gezeigt wird. Das ist ja teilweise echt schon richtig gehend pervers. So, wir brauchen unbedingt unsere Wasserextraktion aus der Tiefe. Sonst kriegen wir ein Problem. Ja, aber ansonsten sind natürlich keine Probleme. Alles Besten. Und Sipi. Ja, 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 ja. Schweinengebacke. So, hier haben wir ja das Drohnenhauptkommando. Ja, hier kann ich theoretisch auch anschließen. Aber hier ist noch etwas besser. Ist zwar Qualität niedrig. Das ist Kacke. Weil da brauchen wir... Lager ohne Ende. Ja, ich hab euch auch lieb. So, aber die Dinger funktionieren wieder alle. Zumindest etwas. Gibt ja sonst keine guten Neuigkeiten bei uns. So, bitte, bitte, bitte ganz schnell hier fertig werden. 90% erst ist so kacke. Also es ist so just in time dann. Wobei wir ja noch eine Wasserequelle haben. Und hier wäre auch noch eine mit niedrig. Aber nur weil man eine hat, heißt es halt nicht, dass die Quelle auch gut ist. So. Ah ne, das ist ja hier Passagierrakete. Die möchte ich hier. Ach, hier gibt es ja noch gar keine Landeplattform. Dann muss das eben so reichen. Kommen die schon mit klar? Wo kommt die... Ach, auch noch direkt hier. Jawohl. Immer schön reinballern. Ah, das Ding ist ja recht schnell gepflegt, hoffentlich. So, da kommen auch schon die Polymärchen an. So, und wir sind bei 208 Kolonisten. Kinder haben wir mittlerweile 12. Die wohnen vermutlich alle mehr oder weniger hier. 8, 2, 2, ja. Wohnen alle da. Was wollen wir mehr? Es geht doch in die richtige Richtung. Wir haben jetzt auch einen Park. Gil. Damit müsste auch dieses Servicebedürfnis, äh, Komfortbedürfnis erfüllt sein. Ah, dann können wir auch noch, weil es so schön ist, noch mehr Service. Kuppelservices, da haben wir es doch. Da haben wir schon ein Diner. Ich glaube nicht. Warum denn nicht? Kurz gucken. Ja, brauchen Glücksspiel. Trinken und Gaming. Eigentlich. Wann mal, hier haben wir doch eigentlich... ...ein Diner, das von allem. Ja, haben wir aber... Es ist halt rotzevoll derzeit. Ein Casino könnten wir, ne? Hat Luxus, hat Gaming, hat Glücksspiel. Man sollte hier halt nur nicht unbedingt die Spieler dann rumlaufen lassen. Egal, es wird schon irgendwie schief gehen. Das wird halt so ein Dom, wo hoffentlich ganz viele Kinder produziert werden. Die dann von hier aus in andere Gebiete rein können. Komfort, 70. Ja, damit sollten doch gute Bedingungen sein, um sich vorzupflanzen. Wie viel haben wir hier? Da haben wir 66. Das ist auch gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Aber ich weiß nicht, was der Mindestwert dafür ist. Gibt ja so einen Mindestwert. Ab dem fühlen sich die Leute so richtig motiviert zu pimpern. So, jetzt haben wir noch eine zweite Arbeitsschicht. Muss ja auch alles funken zu nockeln. So, jetzt sollte das in die Richtung gehen. Ja, endlich haben wir das Zeug. I love it. Mittlerweile haben wir auch ein paar Maschinentallen wieder auf Lager. Fragt sich, wie lange, ne? Fragt sich, wie lange. Lebenserhaltung. Wasserextraktoren. Die kommen hier hin, irgendwie so. Machen wir erst mal zwei hin. Kann man ja einmal noch dann aufbessern, das Ganze. Und auch noch Brüechen. Ja, die müssen wir jetzt noch rankarren. Mehr oder weniger. Ja, passt schon irgendwie. Muss ja, ne? So, das Ding. Können wir die ruhig wieder hochschießen. Wie sieht es derzeit aus? Neue Passagiere, nein. Ne, warte mal. Wir haben derzeit derart viele Edelmetalle. Lass das Ding vollballern. Wir müssen das Zeug mal loswerden. Deswegen, Edelmetalle für alle. Edelmetalle für alle. Das reimt sich auch so schön. Ich mag ja Reime. Äh, ne, das ist so ein Forschungsding. Ja, muss wieder reparkiert. Ach, immer wieder der gleiche Rotz. Mit den Viechern. Und, oh Mensch. Können die nicht mal selbstständig arbeiten? Das ist furchtbar. So, du sammelst hier mal ein bisschen noch rein. Da sind zumindest 44. Das geht in Ordnung. Mit 44 kann man zumindest arbeiten. So, legst die hier ab. Alles muss man hier selbst machen. Alles. Aber ich kann die denn so richtig aus der Tiefe rausbuddeln lassen. Das ist zumindest etwas. Resources, aloha. Ja. Alo, aloha. Irgendwie sowas in der Art. So, ballern wir eben das Ganze hier nochmal voll. Wobei, so viel brauchen wir gar nicht. Sind ja noch 2000 etwas Einheiten drin. Aber man kann ja so zumindest so tun, als ob. So, das funktioniert ganz gut soweit. Dann würde ich doch mal sagen, beenden wir die Folge an dieser Stelle und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wasser sind wir noch immer nicht ganz so weit, wie ich es gerne hätte. Aber das kommt ganz sicher noch alles. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.